laut ts schon fast ein volles haus das sind erst mal die schuppe die mich besucht sich hallöchen meine partnerin lebensgefährten stänkerin leine schläferin was weiß ich nicht alles der schmärsch ist auch da ich begrüß dich hallöchen und der dragon jay alias sunny 128 geistert auch irgendwo rum schmärsch was macht deine schweinerei schon hatte ich geschworte sind die sind noch zu zweit noch zu zweit noch zu zweit ich habe noch nicht gefüttert mit karotten ja vielleicht wird ja was nicht dass ich nachhelfen musste kein kopf kino ja was machst du gerade ein kraftig ich weiß auf ebene 41 und juli mich ja tiefer in den berg hinein okay so wir kommen daher mal vorbei ich bin da erst mal ein bisschen wege bauen wir müssen noch ein weg dann entschuldigung wir müssen noch ein wegelchen bauen von durch was nicht durch und weiß ich dann nicht durch jetzt von krempeln nach tempo bauen das ist aber nicht mal viel so krempel unser dorf was bei uns vor der tür ist da habe ich schon mal übernachtet ja genau so habe ich noch welche treppen ich habe hier noch treten seid ihr eigentlich gerade ich bin gerade bei mir bei uns hier im haus hier gerade und schmärsch ist in seiner mine auch denke ich mir mal diesmal also ich bin diesem mega werk ja angekommen die brücke steht die treppe steht und wir jetzt suche ich ja ich brauche bodenschätze ist alles bodenschätze nichts zählt genau bodenschätze und ausgebeutet werden alles alles so ok machen wir mal ein paar so das habe ich so was brauche ich noch ich bräuchte so ein paar fackeln müssen wir nochmal machen so haben wir heute erst mal so eine phantomspeisung geholt bis heute haben wir gestern schon geholt und die kam heute schön bei einem großen amerikanischen versandhandel dürfte ihnen bekannt sein mal gucken vielleicht klappt es besser das rauschen weg ist so ok ich bin noch zu fressen dabei ich brauche noch was zu futtern zwei schnitzel kombiniert zwei steaks namens bedeutend mehr her ich muss da mal das andere zeug mal essen hier habe ich auch noch mit dabei habe ich habe noch eine fleisch dabei ich habe noch fährt fährt dabei also ich habe noch ein bisschen was so ok dann könnte ich eigentlich losgehen habe ich mich eben gewundert warum plötzlich hier so viel gestein kaputt geht aber hinter mir hat wohl nachgeholfen ich bin hier draußen bei den pferden ja dann bleib da bitte komme ich jetzt dahin ich habe meine tinker schaufel das reiht sie heißt mein bagger ab und zu müssen wir füttern das ist ja mein job ein haufen schafe können wir mal ein paar mal killen so ja meine schaufel hat einen namen so der piktepanther hat ihr auch da tatsache ich begrüße ihn da ist er ein zehntel von den slots auf unseren server belegt wow schon fast volles haus so gestern war hier hier so ein bisschen in der gegend wir haben ja so ein paar hütten hier noch hingebaut war das gestern ja gestern der ganzen schilder machen 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 auf dem rückweg ich glaube viel war das ja nicht mehr so ja kür auf dem baum okay minecraft ist alles möglich kür auf dem baum und schmerz den soundboard schon installiert erst aber schon runter gelangen der erste schritt ist getan der schritt ist super getan naja und immer sehen wie es dann weitergeht also ich habe mal reingeschaut das sind ja mehrere orte die müssen alle dann raus entpackt werden in den ort ordner schon ein ort dann musst du dann da reinkommen so das maus kostet mal atlas wie weit ist es jetzt noch bis bis tempur da ist der schluss wo sind tempur dann das krempeln müssen tempur mit dem weg schaffen wir nicht den weg schaffen wir nicht achten gott dann müssen wir irgendwie um die ecke irgendwie bauen wir bauen hier den weg weiter wir wollen richtung eukalyptus bald da bauen wir den weg weiter so genau hier bauen wir den weg weiter kann ich noch weiter weg bis tempur was wollt ihr nicht machen ist ja blödsinn so ja wie sage ich meinen nachbarn wo wir hier sind das reißen wir auch mal weg so 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 da habe ich wohl irgendetwas total falsch berechnet das gar nicht beliebte der filme ist bei amazon prime und sonst am besten ist django oder den wenn wir meine liebe und ich dann am wochenende gucken ja das wird cool glaube ich ja das stimmt sehr gespannt drauf jetzt gut soll ich im kino gesehen du willst doch hier lang oder ich mache mich nur nützlich könnte schon mal verfüllen hier ja machen wir auch nebenbei wieder gefüllt da hinten so machen wir den pilz weg da kommt er ich muss eben mal zurück abladen ich bin gleich wieder bei dir naja schacht weiter die schopfen ok muss ich kurz mal die kacke in die hand nehmen soo mit der anderen weiberschaft hier ich muss jetzt mal soo soo die richtung verpeilt ich komme von hier ok kommt man hier da muss dieser baum leider weichen tut mir leid ist im weg alles mal alles mal drauf gehauen 41 steckt schwarzeichenholz finde ich gut nicht nach dem roh gottes und weiter liegt bis dahin na gut immerhin und augenheit spinnchen nachbarn sind schon wieder da ist gemein wo ich meine tröst kommt ja mit allen scheiß drösel ich nicht ich auch nicht ich mache so was es ist eine hexe wo bist du ich höre dich doch ich höre die hexe aber ich sehe sie nicht wahrscheinlich haut sie mir gleich eine machen hexen zu gerne das kann so gut diese hexe macht sich lustig wie macht man eigentlich so eine spitzsacke wie ich auch habe da ist fast kaputt weil sie von trinkers ich könnte wieder reparieren noch keine was noch keine ich habe nur eine aus als spitzhacken kopf nimmst obsidian jetzt fahren oder was könnte man in der schmiede machen müsste welches drin sein die anderen teile machte aus eisen habe ich auch gemacht das ging wunderbar ob sie gerne haben wir uns im haus soll ich dir schnell eine machen warte ich komme ich mache das schnell mal ich komme ganz schnell zurück ich bin gleich da dann bauen wir dir schnell eine ich bin schneller kriegt mich nicht das ist alles so doof ich dachte wir gleich hier hinten schon ein Tempo aber es ist doch weiter weg na gut hätte es sein können bist du bei uns im haus oder wo bist du ja ja ich bin unten bei der schmiede ja ich komme ich komme ich komme auf jeden Fall brauchst du dann noch einen Diamanten und einen Smaragd damit sie so haltbarer machen ja und noch Lapis und Letzten für Glück oder Redstone ist für Schnelligkeit und Lapis ist für Glück man muss ja entscheiden was denn wichtigere für Geschwindigkeit wichtiger ist oder Glück ich musste dann sehen ich bin gleich da ja muss ich schnell nur noch was essen und noch trinken so hier geht es wieder ah ich sehe ich schon mal die Küche die Küche sehe ich Gott sei dank ich sehe die Küche ach soo schnell weg auf soo wirklich keine mehr keine mehr keine mehr kann ich mehr kannst du ein blick in den Chat klar ist deinelli soo einfache okay jetzt habe ich hier zucker ich mache mich mal kurz ein bisschen frei ach nicht frei ein paar sachen hier mal rein die ich nicht mehr brauche ja ich bin gleich da bin doch schon unterwegs zucker ist ja auch schon drin okay zucker haben wir ja auch schon ich bin einige etagen über die ich komme jetzt runter man hat nur stelle mal die tür zugemacht weil sonst sieht es im rücken das tut dann so weh hört man nichts der ist total in seiner arbeit und er ist bei arbeit eingeschlafen kann auch sein ja es kommt auch mal von der fackeln und so okay pixel von der sacke wird gerade bis jetzt okay war mal jetzt in form hier haben wir das brauchen wir für die pickaxe denn werkzeuggriff spitzhackenkopf eine bindung wir brauchen einen einfachen werkzeuggriff werkzeuggriff bindungsgussform und spitzhackenkopf wo bist du der dir auf das auch mal das ist mein kopf an den so seh dich gar nicht oh seh dich nicht blub wird er weg oh hier fehlt noch ein pack den kopf hier mal rein sieht witzig aus jetzt sehe ich dich so guss wir haben einen werkzeuggriff wir haben ein bindungsstück nicht gleich nicht gleich gießen vorsichtig bin gleich wieder da bin kurz offline ok alles klar so das kannst du noch mal gießen jetzt die bindungsform aber das gießt du noch nicht ich muss den ofen umstellen auf obsidian an so was sieht cool aus dass sie so gießt das in fall so jetzt weißt du bescheid wo ich die erst mal genau du musst zuerst den diamanten dann immer musst du sie zusammenbauen auf dem tisch kriegst du das sind jahre jetzt mit jetzt gehst du zum letzten tisch hier zu dem hier wo ich draufstehe da gehst du hin nicht dahin hier hinter wo ich stehe auf den klickt sie mit rechts an und da willst du die spitzhacke aus und dann packt sie die teile so rein wie es angezeigt wird und dann kannst du das ding auch einen namen geben und wenn er halt haltbarkeit und sowas haben jetzt musst du zuerst einen diamanten das gibt noch mal extra und dann wenn du den smarag drauf bringt gibt es noch mal plus 50 prozent ich glaube es ist sinnvoll zuerst den diamanten und dann den smarag drauf zu packen da musst du gucken entweder glück packst du drauf oder nur packst rettst du drauf für geschwindigkeit das musst du aber wissen soweit klar ja ne oder problem ich kann den dingen keine doch müsste eigentlich gehen bevor du es da rausnimmst ja gut hab ich schon gemacht ok gut dann kannst du das ding nur am anboss umbenennen ok jetzt brauche ich einen diamanten habe ich hast einen diamanten da wir haben ja auch eine endertruhe hier in der ecke ne dann packst du die axt da rein und packst einen diamanten drauf und dann nimmst du die axt wieder raus dann emerald dann emerald genau ok dann musst du wissen ob es jetzt geschwindigkeit drauf haben willst oder glück ja ich schwinn dann in haust du redstone drauf ok haben wir irgendwo redstone ganz oben in der werkstatt da müsste ganz viel redstone sein komm mit So, wir haben 21 Stacks Redstone. Da kannst du ja was mitnehmen. Hier da. So, wo ist mein Schatzi? Der wartet auf der Brücke vor Krempel auf dich. Hat schon gestopft. Sehr gut, okay. Du kommst klar? Da unten. Okay, gut, alles klar, dann gehe ich wieder. Ich komme wieder. Ich bin unterwegs. Ich bin wieder auf dem Rückweg. Von da ist natürlich ein ganz schön weiter Weg dahin zu bauen. Einer ist nur auf. So, ein ganz schön weiter Weg ist das. Ich glaube, das Mikrofon hat sich jetzt durch ein Verstärker bekrabbelt hier durch die Phantomspeisung, wie es ausschaut. Ja, hat es. Da lag es daran, Gott sei Dank. Dann muss ich beim großen Versandhandel-Anbieter... Was? Du kannst nur 50 machen. Warum? Ich habe mehr machen. Nee, das kannst du nur maximal machen, dann ist es vorbei. Das ist nur 50 von 50. Ja, mehr kannst du nicht. Mehr geht nicht. Du kannst ja nicht mehr machen. Bei Glück ist es was anderes. Glück kannst du ganz viel draufpacken. Das kostet aber so viel, ähm... Lapis. Das ist irre. Aber das reicht. Was meinst du, wie schnell die Hacke ist? Das glaubst du gar nicht. Auch, soll ich sie auch mitnehmen? Äh, ist sinnvoll, wenn man mitarbeiten will. Sollte man sie mitnehmen, ja? Ätschibätsch. Hast du mich nicht gekriegt? Äh, wo bist du denn? Ach, das... Hab ich gar nicht irgendwo gesehen. Entschuldigung, bin ja vorbeigelaufen. Ich war so in die Arbeit vernaht. Wo sind wir hier eigentlich auf dem Atlas? Wo geht es hier sonst noch hin? Da geht es zu einer Höhle hin. Keiner aus, geht zur Schlucht. Hexenhaus. Ich dachte, das wäre hier schon gewesen. Da ist der Eukalyptuswald. Und da oben ist dann erst das Netherportal. Gress. War da was? Gut, dann gehen wir hier weiter. So, jetzt nehmen wir diesen Baum hier auch nochmal weg. Das ist ein kleiner Teich, den können wir zubauen. So ein Teich wird eh keiner haben. Wo sind meine Stufen? Stufen, Stufen. So. Ähm. Ja. So, jetzt. So, jetzt haben wir hier abgrenzen das Ganze. Und funktioniert das da drüben? Scheiße, ist ja Holz. Mit Eisen kann man wieder die Werkzeuge reparieren, oder? Ja, kann man wieder reparieren, genau. Ne, das Werkzeug, die Spitzhacke kannst du jetzt nur mit Obsidian reparieren. Weil der Kopf ist auf Obsidian. Ich meine, ich bin nur für den Hammer. Ich habe ja noch den Hammer. Ach so. Ja, das kommt immer auf den Kopf, worauf du den Kopf gemacht hast. Ja, den Hammer geht ja. Was musst du dann als, ähm. So. Warum komme ich hier nicht hin? Weg. 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 Oh, weg mit dem Pelz. Ja, das ist ein verkehrter Rucksack. Jetzt habe ich die Sachen noch gar nicht rausgepackt. Okay. So, dann geht es mal weiter her, ne? Weiter hier am Schachten. Ach. Hoppzala. Na, da kommt doch kein... Was tun da? Da ist der Fuscher am Bau hier. Das geht ja gar nicht. Hier fehlt ein Baum. Wo fehlt der Baum? Was ist mit dem Baum passiert? Wie steht denn schon der Rest von so einem Baum? Was ist damit los? Äh, haben wir ein bisschen Erde? Ja, habe ich. Das ist gut. Eichenholz, Eichenholz. Schwarz Eichenholz. Boah. Das ist ein Haufen. Und so, was sagst du zu der Axt? Zu der Spitzhacken? Schon getestet? Ich will, du rufst ja, sehe. Oh, der Schmesch ist wieder da. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder, genau. Ja, da ist er noch ein bisschen Bitdefender-Ferndiagnose. Aber naja, es ging irgendwie nicht so wirklich. Ja, sowas. Könnte das mal passieren? Lässt dich irgendwie nicht auf Deutsch rumschalten. Sehr merkwürdig. Ja, dann gucken wir, was er dann macht. Ja, manchmal geht es nicht anders. So, jetzt. Also, Stufen. So, ich muss dann weg, was er hier bitte? So, dann lassen wir hier nochmal kleine Überzeugungspunkte. Was machst du denn da? Warum machst du das da weg? Weil man ist doch selber ein bisschen frei da gemacht, dass man durchkommt. Deswegen. Ach so. Ja, da brauchst du nicht weiter. Das geht schon. Okay. Bin ich dir denn eine gute Hilfe hier? Ja, sag ich am Ende der Baumaßnahme. Klingt ja nicht so überzeugend. Da gibt es eine Baubezögerung. War mir klar. Echt? Wie geht das denn nicht? Ich mach mich hier kurz. Versuch's nicht mal. Au. Der hat mir Aua getan. So, das Skelett. Mit dir spiele ich nicht mehr. Ach, dann nehmen wir die Bombe hier auch weg. Mit dem Holz hier, Chef, dann nehmen wir ihn auch nochmal weg. Ich kriege mal einen Haufen Holz, das ist gut. Der war auch schon kräftig eingesammelt für dich. Ja, das kommt alles bei uns ins Lagersystem. Das ist ja wunderbar. Aber wo ist das Lagersystem? Ich könnte ja mal wieder ein bisschen umpacken. Das ist ja auch schon. So. Ich bin mir so viel an Teilen hier, das gibt es ja gar nicht. Okay. So. Ich komme mich hier aber besuchen, Schmerz. Mal gucken dann, wie das bei dir da aussieht. Ach, ich bin... Kann ich da noch da? Nenn mich nicht irgendeine Spinne. Warte. Ah, da musst du aufpassen. Ah. So ein Pindchen mit so einem Pfädchen? Hier haben wir so ein kleines Bächli. Hier, Stopfi. Schubidubidu. So. So. So, nur hier ist schon was. Wieder ein bisschen hier schütten zu hier. Ich bin in den Wasser gefallen, nicht mehr dreckig. Ich bin sauber. Sand kann man immer mitnehmen. Sand ist nie verkehrt. So. Wo ist mal eine Stopfstuße? Man möge stopfen. Hier muss man noch eine Stufe hinmachen. Ne, muss ich gar nicht. Da muss ich noch ausheben. Ja, oder das? Eins von beiden. So. Ich nutze mir die Zeitung, was zu trinken. Und Großer, wie ist die Hacke? Die Spitzhacke schon getestet? Weiß ich noch nicht. Probier's gleich aus. Achso. In dem Fall, ich finde die Spitzhacke gut von Tinkers. Wenn du mit dem netter damit bist, du kannst du so schnell dich da überall durchgraben, das ist irre. Obwohl es netter, da will ich ja morgen nochmal reingehen. Wir gucken, ob ich diese tollen Erze finde. Dann kann man noch bessere Spitzhacke machen. So, jetzt buddeln wir uns hier nochmal durch. Wo? Ja. Wo? hier ist der weg dann vorbei hier geht es eigentlich weiter da kommt ein großes wasser das heißt den weg haben wir fast umsonst gebaut wenn wir hier geht auch nicht du bist da kommt es nur auf dem großen wasser aus aber ist auch nicht verkehrt wo man ein kleines anleger hin helfen davon dabei war das hier was diese welt hat wenn ich mit seinem weg anlassweite ich noch bauen können wir mal den schmerz mal besuchen der so macht ja hier kommt ja hier bauen wir irgendwas hin und dann ist aber nicht weiter auf diese art und weise hier jetzt war traurig aber hilft ja nun mal nichts weiter ist dann hier unten haben wir letztendlich stein da wieder hin zu voreilig könnten holzstück hier so ein bisschen herausbauen vielleicht zum botsanleger was hältst du davon machen dann machen wir das doch mal jetzt bräuchte ein bisschen licht beim arbeiten wollen wir erstmal schlafen wir sind ja dann müssen wir alle schlafen je mehr auf dem server sind desto schwieriger wird es ja das ist klar so einmal bitte auffüllen mit was mit hühner kacke was denn bist ja nicht gerade nett zu mir wieso so ich muss ja hier noch eins tiefer ist ja doof okay hat man doof gebaut von mir ich habe es doof gebaut so jetzt so hier runter so und dann bauen wir hier so eine treppe aus was tun vor ich gucke gerade was drunter ist ist nichts wenn wir jetzt so einen anleger hin ich glaube das ist ganz witzig dann habe ich eine endengritze hier weg dann passt das hier kann dir auch ganz gut eine hexe begegnen auch weißt du dann sie dir begegnet habe ich nichts dagegen so dann bauen wir hier mal so einen schönen dann müssen wir die schilder gleich mal ändern weil die schilder passen ja partout nicht was da drauf steht was leuchtet denn da hinten so viel was ist das denn sie sollen überall leuchten da hinten gerade auch drauf zu ach ne okay ne schuldig alles klar ich nehme alles zurück das sind gerne die da leuchten ich nehme alles zurück hier schreibe ich drauf wo es hier hingeht hier geht es mich nach krempeln ein moment mal bin gleich wieder da und tschüss tschüss woher holst du denn hin da muss ich wieder aufpassen hier ne krempeln wo geht man hin noch bald läufer rein so jo ich geh da lang jetzt müsste man eine mod haben wo man farbige schilder machen kann könnte man sagen was nicht blau sind da geht es auch im wasser weiter oder sowas na ist das doof na gut dann ich sag mal ich will doch nichts hinbauen mein so ein blödsparten mit bringsel aufmachen ich habe schlamm wo habe ich schlamm gesammelt kann man da sagen wo ich einen schlamm her habe das gibt es ja gar nicht so ähm ja habe ich ähm so ich bin wieder da das ist doch schön das ist ja das ist hier der bootsanleger und dann kann man hier rüber fahren theoretisch hier geht es aber nicht weiter gut dann können wir jetzt langsam mal zurück gehen wir müssen die schilder nochmal ändern jetzt gehen wir es mal hier zurück auf jeden Fall ist es hilfreich wenn man auch quer durch die nacht geht was ist der denn allöchen was ist die denn was ist die denn wo 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 wo